So, wir sind zurück. Join schnell im Server. Dritte letzte Folge in der Aufnahmesession. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Login in. Download terrain. Okay. Scheiße. Du sollst das Zitrien haben. Bitteschön. Nicht ich. So, jetzt. Hast du da gehabt? Fünf. Okay. Ich kann dir gleich das Schwert bauen. Hast du schon Schuhe? Nein, ich habe nur Body. Gut. Dann kriegst du hier auch nochmal Schuhe. So, Achtung. Hier. Für dich. Komm, wir gehen direkt mit dem Verbrügel. 25% die Chance, wir sind zu vergiften. Auf jeden Fall. Sollten wir wirklich tun. So, ich habe noch vier. Ja, wir müssen die Eisenrüstung fertig machen. Gibt es eine Eisen? Ich mache hier mal Eisen rein. Hast du noch Eisen? Eins habe ich reingetan. Ich habe jetzt Eisenschuhe und Eisenbrust. Okay, pass auf. Dann nimmst du einen Eisen-Zitrinenhelm und ich einen Eisen-Eisenhelm. Ne? Du weißt, was ich meine. Ja, wir machen ja noch Zitrinen. Das heißt, du hast jetzt Eisenhose und du machst jetzt noch Eisenhelm. Okay, du bist fertig. Das heißt, ich brauche jetzt noch Hose und Helm. Dann mache ich dann aus Zitrinen mache ich das dann gleich. Ja, genau. Das reicht, glaube ich. Ja, wobei, lass ein Teil tauschen. Dann kriegst du eine Hose von mir, dann nehme ich eine Zitrinenhose und du nimmst einen Zitrinenhelm, weil ich dann wegen den Stats, damit wir besser aufgeteilt sind. Ja, aber irgendwie sieht es aus, als wenn es genau gleich ist. Also von den Werten her. Alter, das Greater Sword haut mega langsam zu. Aber 15% Chance, wenn es zu vergiften. Ist rough. 8,5 Damage. Was macht ein Eisenschwert? 5. Ja, auf jeden Fall. Wieso macht er jetzt 8,5? Ich meinst, er macht nur 7,5. Ach so, in dem Tool, wo ich es drin gecraftet habe, steht 8,5. Genau, da fängt man gerade ein, was wir noch machen können, ist natürlich ein Schild bauen. Ja, ein Schild noch. Scheiße, hast du noch 2 Eisen? Ne, wa? Ne, wir können aber, komm, die Hülle ist noch lange gewesen. Ja. Du brauchst also eine Hose, das heißt, ich crafte dir hier gleich eine Hose raus. Genau, und ich geh kurz Eisen holen für unser Schild. Mach mal so eine Müllecke, ich hab schon wieder Stuff, den ich am Fern nicht brauche. Die lange Hülle ist vorbei. Scheiße. Da gibt's noch eine andere Ecke. Hier ist Eisen und Lava. Oh, da musst du schon wieder aufpassen, ich hasse Lava. Äh, Lava, äh, Lava Eimer. Ja, ich weiß, ich hab's nicht, ich hab's nicht weggemacht, ich hab's nur... Ja, ich mein ja nur, das können wir auch noch mitnehmen. Lava und Wasser wär auch noch gut. Also, voll vorbereitet sag ich. Vielleicht ein bisschen zu viel, aber... Ja, nicht schadend. So. Ich pack mal was in mein Safe Inventar, und zwar mein Eisenschwert. Sollte ich also sterben können... Oh ja, das ist ne gute Idee, mach ich auch. Den Emerald, weil den können wir jetzt irgendwie noch nicht verwerten. Aber wir sehen ja das, äh... Sorry, das Anderen. So, wie sieht's aus mit dem Zeug? Ist das fertig? Gleich. Ich geb' auch ein normales Citrin, aber ich denk' das Citrin Grey Sword ist besser. Du hast mir jetzt ein bisschen Angst einflößende. Das ist alles einflößende. Okay, deine Hose ist auch fertig. Okay. Also, weil ich buddel mich... Vielleicht jetzt vielleicht noch ein bisschen Eis... Hast du Eis noch gefunden? Ja, ich hab Eis gefunden. Ich bin sofort da. Ich buddel mich grad zu denen, weil du läufst die ganze Zeit ohne rum. Ja, wir sind sehr weit unten. Was das angeht. Also... Und jetzt... Wenn jetzt einer hierhin kommt, haben wir meiner Meinung nach noch nen Vorteil. Wer? Er muss denn erstmal hingelaufen sein. Wann soll der denn alles fertig gemacht haben? Ja, der absolut. Absolut. Das stimmt. So... Das... Ähm... Genau. Hast du's... Zitrin ist noch nicht fertig. Doch, es müsste fertig sein, oder? Doch, deine Hose habe ich. Ich hab die im Inventar. Ich bin nur grad weit unten jetzt. Also, ich bin weiter unten als unser Ofen ist. Hier ist auch Ende gewesen. So, dann... Bam... Schild... Eins... Schild... Oh, Schilder aus Eisen. Zwei. Sind Dardosch und Early Boy auf nem Server? So, Schild für dich? Ne, hoppala. Das war falsch. Hose. Ähm... Schild. So, wer ist auf nem Server? Sind Dardosch und Early Boy? Ich. Ich würd sagen, wir bohren ab und gehen raus. Ja, wir nehmen die Kohle mit. Auf jeden Fall erstmal. Also... Wir drehen... Ja, und den Eisen. Den Eisen-Furnace nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, den Eisen-Furnace pack in Safe Inventory. Pack auch nichts. Mach ich. So, sonst noch irgendwas, was da rein könnte. Jeweils ein Schwert ist da drin. Einfach mal kurz mal einen Steak zumindest noch. Iron. Schautet ja grad nicht. Ist ja grad nichts drin. Die Kohle ist ja auch grad nichts drin. Ansonsten, wenn du was tauschen willst, tausch einfach. Ich hab aber noch mehr Kohle mit. Ja, gut. Dann raus. Ja. Warte. Ah, stimmt. Lass mal hier lang gehen. Ich glaub, wir haben einen Ausgang hier unten. Das ist jetzt aber nur... Kann ich jetzt versichern. Ey, ich bin mir ziemlich sicher. Das wird ganz gut ausgerüstet in der Relation. Ach, du rennst grad? Äh, die Eimer? Die Eimer. Ähm. Lass mal gucken. Ich guck mal, ob wir hier einen Ausgang haben. Weil ich mein, hier war hell. Du machst das kurz. Ich mach kurz... Boah, hier ist so... Für einen Eimer haben wir zumindest. Ist doch... Wo kommt denn diese Lichtquelle her? Gott. Hier geht's doch weiter runter, Bram. Richtig weit. Ja, gut. Okay, den Gang kenn ich. Da unten ist sogar noch mal Wasser, ne? Ja, und die Lichtquelle, bei der du da stehst, die kommt von der Lava. Die ich zugebaut hab. Aber die können wir jetzt mitnehmen. Willst du dann da runter? Oder willst du jetzt noch nach oben und jemanden metzeln? Ich... Beides interessant, ne? Aber wir können auch erst hochgehen. So, ich hab jetzt auch einmal Lava dabei. Okay, was war hier? Ach, alles kein Ausgang. Da unten wär's halt noch ziemlich weit runtergegangen auf einmal. Ja, wir können ja wieder kommen. So, wir haben noch 6... Wir haben 6 Minuten ungefähr rum. Ja, unseren Weg hochgehen oder gucken, ob hier noch was hochgeht oder so. Es ist halt so voll hier. Blumenlicht ein Indikator für, wir sind fast an der Erde. Aber hier ist... Die Höhle ist riesig. Ah, wir müssen unseren Weg gehen. Aber sonst ist es doch besser, wenn wir jetzt gehen, statt da runter. Damit wir in der nächsten Folge nicht da... Äh, damit die wir in die Leute gucken, nicht mehr da sind, wo wir... Wo wir vorher waren. Was wir jetzt nicht mehr sind. Ganz ehrlich, da steht halt noch ein scheiß Furnace. Soll ich den mitnehmen. Schade. Darush und Early nehmen die auf. Das wär so mein Ziel jetzt gewesen. Weil die waren ja über uns. Die waren ja noch nicht unter der Erde. Wobei, wissen tun wir das nicht. Vielleicht sind die mittlerweile unter der Erde. Ja, aber wenn wir sie jetzt nochmal gesehen hätten, hätte ich es riskiert. Weil wir haben ja schon gefarmt, da sind die über uns lang gelaufen. Das stimmt. Das heißt, wir hätten eigentlich einen Vorteil gehabt. Ja, wir sind aber relativ viele auf dem Server. Das heißt, wir können es oder so, auch wenn wir jetzt... Und ich denke halt, dass Early, der das Texture Pack, äh das Mod Pack gerade erst runtergeladen hat, nicht daran gedacht hat, dass es so Großschwerter uns so gibt. So wie wir halt auch nicht. Ja, das stimmt. Na gut. Falsche Tür. Rechte Tür. Nee, ist... Nee, gibt gar keine. Das ist die. Das ist die. Ich hatte die nur zugebohrt. Du der Rohr vor uns am Haus. Äh, ich würd gern an dem Schaf da wenigstens testen, wie wir zuschlagen. Also... Da kommen sie! Sind doch ein Server! Das ist doch ein Zeichen! Die sind hier lang gelaufen. Ich komm... Also, als wir sie das letzte Mal gesehen haben. Ja, ich weiß. Ich weiß. Das ist schon... Leider mittlerweile auch natürlich ein bisschen länger her. Ein Fehler! Die müssen ja nur einen Sneak-Fehler machen oder sowas, weißt du? Und wir können ja immer noch Tiere schlachten. Also, Essen schadet ja nicht. Und ich glaub, das ist unser bestes Target, was wir haben können. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, muss man mal ganz ehrlich sagen, dass die Urschweiter richtig viel Damage machen. Ah, hier. Und wir fahren gut Essen grad nochmal. Das war ja auch klar. Ah, hier. Das ist... Das muss es sein. Aber wo sind sie jetzt? Was muss es sein? Ja, das... Wenn das jetzt ein Kampf wird, dann haben wir eine Chance. Ach so. Ja. Das stimmt. Zum ersten Mal, dass ich glaube, dass wir eine Chance haben. Hey, in Varro... In Varro hab ich immer einen Unge gekillt, ja? Ja. 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 Da hinten ist ein Zombie gestorben, aber der ist, glaube ich, am Licht verbrannt. Ja. Die haben sich ja nicht bei uns runtergebuddelt. Da hinten ist eine kleine Hütte. Die müssen auf dieser Seite runtergegangen sein. Oder in den Berghalt rein. Aber würdest du... Da, Moment, unter uns! Oh, auch die beiden? Da, Dosh! Ja! Nicht hier runterfallen. Nee, nee, nee. Aber du siehst den. Wir haben noch sechs Minuten. Wir haben nur noch sechs Minuten. Pass auf. Jetzt hier runterbuddeln einfach. Einfach straight? Ja, aber beide nebeneinander direkt. Okay. Richtig straight oder so Treppe? Richtig straight. Treppe, okay, richtig straight. Hülle. Scheiße, was geht? Da unten müssen die sein. Sneaken, aber... Ja, ich sneak. Ja, nein, die. Meinst du, die haben uns gesehen? Ja, die haben uns auch gesehen. Oder Schwede... Die Höhe kommt hin. Aber hier ist noch Eisen. Das ist schlecht. Nein, 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 das ist zu weit. Das war hier, wenn. So hier geradeaus. Also... Da oben geradeaus könnte das sein. Ja, ja, vielleicht. Aber dann hätten die ja clean... Da läuft der... Oh, lieber rennt weg oben. Siehst du, wie nah wir dran sind? Ja. Sneak wieder. Ich sneak. Ich bin genau hinter dir. Wir sind auf der richtigen Ebene. Fuckin. Bist du ready? Ja, ich bin ready. Ich sneak auch noch. Willst du sneak noch? Ja, ja. Siehst du das? Ja, ich sehe das. Siehst du das? Keine Panik da, du. Alles gut. Bist du bereit? Ich bin bereit. Go. Sollen wir? Ja, go. Scheiße, ich bin fest. Da, du sit down. Ja! Trammeln! Wir beide, oder was? Wie fucking awesome ist das? Wir beide? So, was haben die Geistes dabei? Karotten haben die dabei. Schnell, bevor halt irgendwas verschwindet. Dort brauchen wir nicht. Eine Suppe nehmen wir mit. Steinspeat brauche ich nicht. Karotten haben wir dafür. The wooden pleasure plate brauchen wir nicht. Äh, boah. Mein Puls geht gerade ganz schön hoch. Haha, wir haben es geschafft. Eine Fäser, bla bla. Dirt brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Alter, die haben richtig angefarmt. Ich habe Karotten und Bücher und Suppe. Ich weiß. Housekeeping. Die haben richtig. Guck mal, hier liegen auch Wassereimer und anderes. Warum ist das denn alles her? Das kann ich dir noch nicht sagen. Aber generell heißt... Okay, erstmal Müll wegschmeißen. Feuerzeug haben die auch. Boah, Alter. Ich habe gerade voll Puls. Bleib mich am Arsch. Das war gut. Das war gut, Dalu. Aber wie wir das ermittelt haben, wo sie langgegangen sind. Das war richtig nice. So, Ender Side brauche ich nicht. Die Iron Pickles brauche ich nicht. Einen Bogen, den habe ich. Den nehme ich gerne. Fackeln nehme ich natürlich gerne noch mit. Das brauche ich nicht. Wir sind hier. Noch ein Eisenschwert brauche ich auch nicht. Wir haben viel zu viel Essen. Ja, auf jeden Fall. Das klingt vielleicht blöd, aber ich... Diorit. Hier ist noch eine Hose. Ein Helm. Okay. Was ist hier noch? Okay, hier unten habe ich mittlerweile alles. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Okay, ich habe auch alles. Der Berg hier ist Bullshit. Da ist nur Kohle und so ein Scheiß drin. Und ein altes Scheißzeug. Okay, dann will ich mein irgendwie noch wasten, so ein bisschen. Also mein Inventar aufräumen. Ich werfe mal hier was rein. So, das kann auch weg. Boah, nice, Alter. Nice. Richtig schön, Dalu. Richtig nice. Wir haben sie gejagt. Und gekriegt. Das kann man sich bestimmt gerne auch mal aus der Sicht anschauen. Auf jeden Fall. Bin sehr gespannt, weil die haben wir überrascht. Also die wussten ja nicht, dass wir kommen. Ne, die haben uns nicht gesehen. Was mich ein bisschen gewundert hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war ja eher Supplies. Oh Gott, ey. Okay, ich bin... Wir haben zwei Kills, sind wir damit Top-Scorer? Damit dürfen wir zumindest relativ weit oben mitspielen. So, Rotten Flush kann noch weg. In einer Minute werden wir gekickt. Dann, das Coole ist, dass man die spawnen auf das ganze Zeug, was wir hier hatten. Ja. So, brauche ich noch irgendwas? Ich habe einen Wassereimer. Ja, den habe ich auch. Essen, trinken habe ich. Einen Zitrin habe ich noch. Eisen da rein. Ramen, das war gut. Das war nice. Das war richtig fresh von uns. Was machen wir jetzt? 30 Sekunden noch. Ja. Feiern. Einfach nur feiern. Einfach nur feiern. Wobei, weißt du, was wir vielleicht machen sollten? Das ist, ja, in 30 Sekunden. Ja, in 30 Sekunden. Ja, aber bis dann haben wir doch eh wieder aufgenommen. Ah ja, stimmt. Also da dürfte nichts passieren. Ja, jetzt denkt da ist jemand hinter. So, wir feiern uns. Liebe Zuschauer, könnt ihr mal einen kleinen Daumen nach oben geben, ja. Wie gesagt, Dadusch und Early. In der dritten Folge leider erst. Schneller ging es nicht. Wir mussten ja noch suchen und so. Weggemacht, rasiert. Dano und Bram. Team. Jeweils ein Kind, ne? WB, äh, WB, E, V, D, U, S, R, M, N, F. Ja, WB, E, V, D, A, S, R, M, N, F, A, U, K, E. Genau. Wir haben einen Paar. Ist, gar, wenn wir einen Paar. Ist am Stizzle. Morgen geht es für euch weiter. Ähnliche Zeit, irgendwann im Laufe des Tages. Und wir freuen euch. Haut rein. Tschüss, lö. Tschüss.